Ja, gut, gut, gehen wir raus. Brauche ich irgendwann mal das Haus, würde ich sagen. Und wenn du mir jetzt wieder abkackst, ne? Dann... Naja, kackt nicht ab. Aber... Wir haben doch bestimmt jetzt wieder ein paar... Ein bisschen Geld, weil ich gerade mir Geld geholt habe, um hier... Ja, ich hätte gerne... Äh, Gesellenbuhl... Elementarismus... Ach. Ach, schade, wir haben keine Groschen mehr. Wir haben keine Groschen mehr. Okay. Schreitet wohl. Ja, ja. Dann gehen wir zum Miradenturm. 38 Goldstücke, das reicht für ein T... Für einen Miradenflug. Da, wo wir hinwollen. Hoffe ich zumindest. Aber wir sind jetzt bestimmt schon drei Stunden oder sowas an dieser einen Quest dran. Das ist schon... Ja, ich war nebenbei ja auch noch ein bisschen unterwegs. So ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Aber wir machen jetzt mal die Geschichte weiter. Schreitet wohl, die Dame. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ölülülül. Ach, Mist. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. Ähm, ich muss... Na... Das trostblöde Feld... Und zwar ist das... Dem Miradenturm an der alten... Welche Zollstation oder Sonnenküste ist mir egal. So. Schreitet wohl. Sicher doch. Sonnenküste geht nicht. Hallo? Flussheim, Herzland, Grenze, Steigklippe. Wass mal. Wohin soll ich euch bringen? Alte Zollstation. Grenze. Es geht auch die ganze des... des Herzlands. Ah, ich glaube die ganze des Herzlands ist besser. Sicher doch. Herzlands, Herzlands. Wohin soll ich euch bringen? Gut, gut. Fliegen wir mal da hin. Mal gucken, was es da so schönes gibt. Und ich muss sagen... Das Zeug verbraucht ganz schön was an... Funktioniert es denn jetzt mit halbwegs mit den... Frames? Ei. Die Mühle, die kennen wir ja schon. Wow! Das... Ist auf keinen Fall cool. Das sind also Runen. Ich war aber noch ein bisschen was... Am kaufen. Oh, der ist... Böse auf mich. Das ist... Nicht so cool. Ich versuche die mich nicht so... Ich bin ehkä Probleme... Hm? Hallo! Ups! Mana. Shit! Shit, die die Shit, Shit. Also gegen Magier ziehe ich noch immer den Kürzeren. Ich sollte mir wirklich diesen, diesen einen Perk hier, ähm... Ah, ja, komm, ähm... Okay, jetzt sind wir hier wieder. Südviertel-Miradenturm. Ich sollte erstmal wieder öfters speichern gehen. Und dann, ähm... Ja? Was wollte ich gerade sagen? Hm. Komm, was wollte ich gerade noch sagen? Ich sollte vielleicht häufiger, ähm... Ich bräuchte so Schilder oder sowas. Schreitet wohl! Sicher doch! Wohin soll ich euch bringen? Herz-Land-Grenze. So. Gut, dass ich mehrere Platten habe. Sonst würde ich noch länger warten bei der Wartezeit. Naja. Ich habe mir so einen Verbund aus drei Platten gebaut. Das reicht fürs Erste. Na? Na? Ich bin nur noch. Ich bin nur noch der Nache. Du bistbewusst. Ich hör mal damit. Ja. Ich bin der Nache. Und wenn es nur noch nicht ist, dann schon das Nache. Ich bin einfach vermutlich. Ich bin nicht der Nache. Ich bin. Sieb. 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 Ich bin. Sieb. Auch. D substances, es ist immer noch wichtig. Das war's. There's already a lock ready to cut. There's already a lock. Bam. Okay. Das ging ziemlich schnell. Altentropierode. Diebeskapuze. Was habt ihr denn hier so schönes rumfliegen? Bisschen Eisen. Hier hat selbst vor mir jemand gewütet. Was hattest du denn hier? Scharfe Holz verlagst. Noch ein paar Gulden. Was ich machen sollte, ist den Gesundheits-Heiltrank trinken. Oder Charisma. Ne. Plus 12 Rhetorik. Oh. Das ist heftig. Habe ich nicht mehr. Na. Da habe ich es doch. Manu. Geht doch. Ah. Für 23 Groschen. Jetzt beginnt es wieder zu ruckeln. Das ist nicht schön. Höhen. So. Du hast nichts Spannendes dabei. Du hast nichts Spannendes dabei. Ein laufender Gefangener. Haben die die Leute hier gefangen oder was? Das ist eine Gabel. Hm. Schade. Kann ich nicht nehmen. Aber hier haben sie einfach einen Genesungstrank. Magie-Lösung. Ja. Das reicht. Lauf mir weiter da, wo wir hinwollen. Zu dieser Höhle, um die Proben zu sichern. Ups. Ey. Komm doch wenigstens her. Das lässt du dich sogar nicht mal, nicht mal mehr looten. Das ist doch wirklich schlimm sowas. Muss ich jetzt eigentlich nach oben oder hier unten bleiben? Wuhu. Aua. Ah. Ähm. 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 Auf jeden Fall Mana. Hallo? Also Mana wird so langsam knapp. Das muss ich leider sagen. Mana wird knapp. Wir müssen nach da oben. Na super. Ähm. Ja. Wie kommen wir nach da oben? Nur hier drüber, oder? Sieht so aus, als wenn wir nur hier oben drüber kommen. Oder da hoch. Ja. Ja. Ja.